Naja, also original ist allerdings kein englisches Drama, sondern ein Roman. Ein britisches? Doch, ein britisches. Ja, der Japaner hat in Großbritannien gelebt. Achso, okay, ich nehme alles wieder zurück, schneide es raus. Bitte. Der Sonntagssoziologe im Gespräch über Mensch und Gesellschaft. Im alten Ägypten hat man das Herz gewogen. Und wer zu viel gesündigt hat, hatte ein schweres Herz, das wurde dann gleich verfüttert. Und im wissenschaftlichen Zeitalter hat man dann gesagt, nein, das ist so ein Unsinn, Herz wiegen kann man doch nicht. Nein, da hat man dann versucht, die Seele zu wiegen und herauskam, eine Seele wiegt 21 Gramm. Das hat man so gemacht, indem man Sterbende auf die Waage gelegt hatte und die waren dann etwas leichter, nachdem die gestorben sind. Und mit dieser hübschen Anekdote, herzlich willkommen. Herzlich willkommen, liebe am Film Leidende Seelen, wobei ich begrüße auch jene, die geklont wurden und keine Seele besitzen. Denn wir diskriminieren niemanden und das verdanken wir vor allem dem größten Sozialkonstruktivisten in der Podcast-Szene, dem Diskurs Desperado Dr. Diego Campagna, der immer darauf hinweist, dass es in der Soziologie worum nicht geht? Um Gehirne. Um Gehirne. Geht's nicht. Und ich vermute mal, es geht noch weniger um Seele. Ja, natürlich. Ja, noch weniger. Genau, das stimmt. Das hast du gut gesagt. Ja, noch weniger. Es geht nicht um Gehirne und noch weniger um Seelen. Und ebenfalls mit am Start unsere hochgeschätzte Maximal-Cinematologin, Maxi. Hallo. Hallo. Die uns Paroli bietet, wenn wir hier zu soziologisch werden. Das haben wir in der letzten Folge schon gemerkt. Du bist Medieninformatikerin. Mein Name ist René Lennert und ich bin hier der Podcast-Betriebsdirektor. Heute besprechen wir wieder sozio-philosophisch Filme. Und zwar ein Film, ein britisches Drama aus dem Jahr 2010. Der heißt im Original Never Let Me Go. In der deutschen Übersetzung heißt er Alles, was wir geben mussten. In diesem Film züchten Menschen Klone als Ersatzteillager. Und der Film erzählt die Perspektive dreier Jugendlicher, solcher Klone, die in einer Schule aufwachsen. Es ist eine Liebes-Dreiecks-Beziehung auch zwischen zwei Mädchen und einem Jungen. Und in dem Film ist es so, dass die Kinder, die Klone, mit 18 aufwachsen und über ihr Schicksal dann aufgeklärt werden. Und zunächst dürfen die dann noch einige Jahre unbeschwerte Jugend verleben. Und dann werden die nach und nach die Organe entnommen, bis sie irgendwann sterben. Ich kann schon mal ankündigen, dass das hier voll der Schocker wird, dass es euch wie Schuppen von den Augen fallen wird. Denn ich habe herausgefunden, dass es sich in dem Film nicht um Klone handelt. Aber dazu kommen wir dann später. Das weiß die Filmwelt noch nicht. Das weiß wahrscheinlich auch der Drehbuchautor noch nicht und auch nicht der Regisseur. Aber ich kann es beweisen. Denn alle, alle sagen, es handelt sich um Klone. Aber ich habe es entdeckt und kann es beweisen. Aber das, ja gut, dazu muss ich nachher auch noch was sagen. Ja, okay, die Frage ist genau, wie man Klone definiert. Nein, 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 nein. Unhabe ich schon eine Definition. Du denkst jetzt, ich will mich rausreden und will da irgendwas konstruieren. Nein, es ist faktisch so. Wie wollen wir den Film anfangen zu diskutieren? Warte kurz, René. Du denkst auch, dass es keine Klone sind? Nein, ich finde es ganz lustig. Ich habe nie darüber nachgedacht, dass es Klone sein könnten. Bis zu dem Punkt, als Diego mir erzählt hat, dass es Klone sind. Dann bist du ja voll auf meiner Seite. Ja, aber was soll das denn sonst sein? Genau, was dachtest du denn? Intuitiv hast du es gewusst? Nee, ich habe auch darüber nachgedacht, warum. Aber ich glaube, es hängt eher damit zusammen, dass dieser Prozess, wie diese Kinder dorthin kommen nach Hellschem oder in irgendeiner Institution nicht beschrieben wird. Da geht es ja gar nicht um dieses Replizieren von Menschen. Ja, also der Prozess der Herstellung, der bleibt völlig im Dunkeln. Deswegen bin ich nicht daran. Muss ja auch, weil die ja nicht hergestellt werden. Ach so, also das heißt, René, du bist der Ansicht, dass das Ganze, also auf natürlichem Wege hergestellte Menschen sind, oder? Ja, ich will da auch gar nicht jetzt vorgreifen, weil wir tun jetzt mal so, als wären es... Ja, vor allem möchte ich gerne wissen, woher du das Wissen kannst. Ja, das erkläre ich dir dann auch. Ja gut, okay, alles klar. Ja, auf jeden Fall im Prinzip hast du... Das ist empirisch erforscht, unwiderlegbar. Der Film hat mich ganz stark... Also den ersten Kommentar, den ich dazu... Ich habe immer noch... Schluck auf. Denn ich kann ja... Ich schreibe hier Filmgeschichte mit Schluck auf, das ist schrecklich. Weil bisher ist wirklich noch keinem klar geworden, dass es keine Klose sind, außer Maxi. Also wir... Wir haben ja im Moment auf unserer... Wobei, wenn wir das jetzt senden, ist der Moment schon vorbei, aber wir haben auf der Seite eine Diskussion über die Sinnfrage in der Blade Runner Folge, da diskutieren wir, in den Kommentaren. Und da stellt sich immer wieder... Hat das Leben einen Sinn? Und die Antwort darauf, also der Film, liefert auch insofern eine Antwort, dass es völlig sinnlos ist, unter Umständen den Sinn des Lebens zu erkennen. Denn hier hat das Leben der Kinder, wenn sie denn Klone wären, ja, nur den Sinn als Ersatzteillager zu dienen. Also was nutzt dir es, wenn du so einen Sinn erfährst? Insofern ist die Frage nach dem Sinn immer nachgelagert. Und wir wollen nicht den Sinn des Lebens wissen, sondern wir wollen einen sinnvollen Sinn des Lebens wissen. Ja, da muss man... Das ist nur ein kleiner Kommentar, den ich uns mit auf den Weg geben will. Ja, also wir können bei dem Sinn, bei diesem Sinnbegriff oder Sinn des Lebens Definition von mir aus auch schon anfangen. Und da habe ich nichts weiter vorbereitet. Aber wenn du da was vorbereitet... Ich habe jetzt speziell dazu auch nichts vorbereitet. Aber ich denke, was gerade jetzt Menschen unterscheidet von Nichtmenschen in der Hinsicht, also wenn es um den Sinn des Lebens geht, ist ja eben, dass der Sinn nicht vorherbestimmt sein darf. Also die Menschenwürde zeichnet sich dann dadurch aus, dass ich nicht instrumentalisiert werde, also wie ein Gegenstand, eine Maschine oder halt eben zu einem ganz bestimmten Zweck hergestellt werde. Das ist ja auch gerade die Diskussion in diesen Ethikkommissionen, wenn es um Genmanipulationen geht und so weiter und so fort, dass man in das genetische Material des Menschen nicht eingreifen sollte, auch wenn es nur darum geht, den Menschen zu optimieren, weil es dazu führt, automatisch, das ist sozusagen die Tür, die dann aufgestoßen wird, die dazu führt, dass dann Menschen letztendlich optimiert werden und damit dann auch der Weg vorbereitet wird dahin, dass Menschen ja dann auch zu bestimmten Zwecken ja auch, also auf bestimmte Zwecke hin optimiert werden. Und damit, ja, wird dann die Grenze zwischen Menschsein und Gegenstandsein oder Instrumentsein verwischt oder die wird halt immer durchlässiger und insofern geht es, glaube ich, nicht um den richtigen, guten Sinn, sondern in gewisser Weise geht es darum, dass der Sinn unbekannt sein soll. Also man darf sich einen Sinn selbst aussuchen. Man soll sich einen Sinn, den Sinn des eigenen Lebens selbst aussuchen dürfen. In dem Moment, wo der Sinn vorgegeben ist, ist der Unterschied zwischen mir, also als Mensch und einer Maschine oder einem Gegenstand nicht mehr gegeben. Ich weiß nicht, ob ihr kennt ja diese Anekdote, nicht Anekdote, es ist eigentlich mehr so eine Erzählung von Sartre, also wo er von, wo er den, also die wird immer wieder dargestellt, wenn es um Existenzialismus geht, wo er darstellt, so das Leben nachzeichnet eines Schiffkapitums und am Ende hat man so diesen 50-jährigen Schiffskapitän, der steht auf dem Schiff und man hat das Gefühl, okay, das ist alles, sein ganzes Leben hat sich so dermaßen zugeschnürt und eingeengt auf dieses eine Format und mehr Möglichkeiten gibt es nicht und der entscheidet sich aber dann trotzdem von einem Moment auf den anderen vom Schiff zu springen und auf die nächstbeste Insel zu schwimmen und da eine neue Existenz aufzubauen. Also worauf es Sartre da ankommt, ist halt eben diese prinzipielle Möglichkeit, die man hat. Man hat trotzdem immer noch die Möglichkeit, die einige im Leben ja auch immer wieder ergreifen, ihr Leben dann auch nochmal zu verändern. Aber auch wenn du es nicht tust, hast du zumindest diese Möglichkeit und die ist halt sehr wertvoll. Aber das ist ja interessant eigentlich, also der Ursprung ist ja dann doch der Film, mal unabhängig davon, ob es Krone sind oder nicht, aber diese Möglichkeit vermutet man ja eigentlich die ganze Zeit, oder? Dass die drei Jugendlichen auch sagen könnten, sie können auch gehen. Ja, genau. Warum, also die Frage ist ja, warum sind sie verhaftet in dieser, den Sinn tatsächlich darin zu begreifen, ihre Organe zu spenden und irgendwann zu sterben. Ja, ja. Also Maxi bringt, finde ich, auch so die Quintessenz des Filmes jetzt sehr gut auf den Punkt. Die fehlende Rebellion. Ja, die fehlende Rebellion, genau. Weil im Film haben wir es mit Menschen zu tun, die sich nichts unterscheiden von den Menschen, die wir als Menschen sonst kennen und die trotzdem, ja, also nichts tun, um ihren Status als Menschen zu, wie soll ich sagen, im Grunde zuallererst ja auch zu erlangen. Also sie akzeptieren, nicht Menschen zu sein, obwohl sie sich von Menschen in keiner Weise unterscheiden. Und zwar vor allem eben in dieser einen entscheidenden Hinsicht, dass man als Mensch in der, also eben fähig sein sollte, über seinen eigenen Sinn selbst zu entscheiden und sich nicht zu, auf einen Zweck festlegen zu lassen. Und das ist unsere Definition vom Menschsein, aber deren Definition in diesem Film, in dieser Gesellschaft ist ja, haben sie eine Seele oder nicht? Und ihnen wird ja auch klargemacht, sie haben keine Seele. Und insofern arbeiten sie sich ja gar nicht ab an der Definition, die du jetzt vorgeschlagen hast. Dann kämen sie vielleicht zur Rebellion. Ja. Sondern sie sagen, ja, wir haben keine Seele. Ja, diese, diese, der, ja. Das mit der Seele ist ja auch so ein, also würde ich, wäre zumindest meine Deutung, ist halt so ein, 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 ein Trick, den die Gesellschaft einführt, um diesen Unterschied zu machen. Und sie wählen ja nicht umsonst auch ein Element, das nicht nachgewiesen werden kann. Also nicht umsonst machen sie das halt eben an etwas fest, das niemand messen oder überprüfen kann. Es ist irgendwie eine rein willkürliche Setzung und zu entscheiden, wer jetzt seine Seele hat und wer nicht. Vielleicht ist es ein ganz guter Moment, bei der Seele verhaften zu bleiben und uns den Begriff, also auch zu fragen, mit was für einem Seelenbegriff hantieren die dort. Es ist ja so, dass die Kinder Bilder malen, die in so einer Klonengalerie ausgestellt werden. Also ne, die werden ja auch so ausgestellt werden. Das ist keine, das ist keine, wo nur Klone ihre Bilder. Ja, ja, aber du sagst doch, du behauptest doch, du hast ja gleich am Anfang deinen Paukenschlag. Ja, ich habe mich doch mal angepasst. Ja, aber ich finde, du solltest möglichst bald. Damit der Twist am Ende, umso stärker wird. Damit dann alles, was wir gesagt haben, keinen Sinn ergibt. Sinnlos ist und du damit dann auch nachweisen kannst, dass Maxi und ich Klone sind. Und die Galerie dient halt der Erforschung, ob die Klone eine Seele haben oder nicht. So wird das dargestellt. Das heißt, Kunst ist hier die Seele und der Menschbegriff. Ja, oder? Nee, warte, René, stimmt nicht. Wird tatsächlich die Frage gestellt oder die Aussage getroffen, sie haben keine Seele? Ja, doch. Also, ja, in dieser Situation, wo Tommy und die Hauptdarstellerin, Kathy, Kathy H., dann bei der Madame sind und dann taucht ihr ihre alte Schulleiterin auf im Rollstuhl und sagt ihnen dann, bei den Bildern und den Kunstwerken, die ihr damals gemacht habt als Kinder, ging es uns nicht darum, in eure Seelen zu schauen, sondern es ging uns darum, herauszufinden, ob ihr überhaupt eine Seele ist. Stimmt. Und ich glaube, sie sagt auch, ihr habt keine. Nein, ich glaube, sie formuliert es nur so indirekt, aber ja ganz eindeutig. Und ich finde das auch bezeichnend, oder mich hat das zumindest irgendwie getroffen, als sie dann gehen und die Madame sie dann am Gartentor verabschiedet, zu ihnen dann sagt, poor creatures. Also, weil ich finde, dieser Begriff, wobei, man müsste dann im Englischen gucken, was er jetzt genau bedeutet, aber ich habe ihn jetzt so gedeutet, dass sie, ja, eben Kreaturen im Sinne von halt eben so etwas, wie das könnten auch Tiere sein, also einfach etwas Lebendiges. Das verweist auch darauf, dass die ja durchaus mit einem sehr religiösen Seelenbegriff dort arbeiten, denn bei Freud zum Beispiel ist die Seele die Psyche. Und allgemein wird so als Seele ja angesehen, die Gesamtheit des Menschen in seiner Gefühlswelt, wenn man es naturwissenschaftlich runterbrechen möchte. Und bei Platon gab es den Körper-Seelen-Dualismus. Also die Seele ist die Person und der Körper ist davon abgetrennt. Und die Klone sind ohne Seele und sind damit keine Person. So ähnlich wie bei unserer letzten Besprechung, Robert und Frank, die Mitmenschen machen die Person oder nicht. Und das ist halt der Trick. Die haben auch überhaupt keine Chance bei so einem religiösen Seelenbegriff, sich da zu beweisen und zu zeigen, dass sie doch eine Seele haben. Ich finde es interessant. Ich habe das eigentlich, also dieses Suchen nach der Seele, wenn dann auch einer anderen Ebene empfunden, nämlich als Rechtfertigung für den Menschen. Und zwar im positiven Sinne eigentlich eher gar nicht so sehr, ihm von Anfang an keine Seele zuzuschreiben, sondern zum Schluss durch diese Überprüfung sagen zu können, oh, wahrscheinlich haben sie keine Seele, um sozusagen ruhigen Gewissens zu sein. Ja. Also gar nicht so von vornherein auszugehen davon, sie haben keine Seele, sondern sicher gehen zu wollen, dass sie nicht was komplett falsch machen und rechtfertigen können, dass sie diese Ersatzteillager dort heranziehen. Der Film beantwortet ja auch nicht die Frage, ob sie eine Seele haben oder nicht. Das lässt ja offen, ob diese Kinder eine Seele haben. Und das ist auch wichtig, dass das offengelassen wird, damit man sich selbst dazu auch positioniert, wie man mit solchen Menschen umgehen würde, denen man jetzt die Seele quasi abspricht, die aber in allen anderen Hinsichten völlig menschlich sind. Ja, ja. Außer in der Gebärfähigkeit. Das weiß ich nicht. Ja, doch, doch. Achso, das ist ja gut, weil im Film, wir haben auch das Buch gelesen. Ach, das ist ja unfair. Insofern, ja, dürfen wir das eigentlich nicht thematisieren. Im Film kommt es tatsächlich nicht vor, obwohl ich auch denke, dass es im Buch ja doch eine wichtige Bedeutung hat. Ja. Dass diese Wesen sich nicht reproduzieren können, ist ja ganz entscheidend. Und ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, René. Wir haben in einer unserer ersten Folgen festgehalten, dass der Unterschied zwischen Mensch und Technik, also dass ein wichtiger Unterschied eben der ist, dass Technik sich nicht selbst reproduzieren kann. Also dass wir, ich glaube, da ging es um künstliche Intelligenz und da war so der Tenor halt der, dass wir dann zu dem Schluss gekommen sind, das Problem ist gar nicht so sehr, dass es künstliche Intelligenz gibt oder dass Technik dann gegebenenfalls auch so etwas wie Intelligenz aufweisen kann, sondern das Problem, ein echtes Problem haben die Menschen erst dann, wenn Technik sich selbst schaffen kann. Und dann haben wir, glaube ich, auch über Prometheus geredet und auch über diesen Mythos. Es ist ja ein Merkmal von Leben. Genau, genau. Und insofern, finde ich, ist das ein ganz wichtiger Punkt im Buch, der leider, glaube ich, im Film nicht aufgegriffen wird, weil er diese Wesen, Klone oder nicht, also diese Menschen, die als Ersatzteillager dienen, gerade durch diese Unfähigkeit ganz klar in Richtung Nichtmenschen geschoben werden. Also in Richtung eben eher Maschinen oder Technik oder sowas. Aber vielleicht ist dieser Punkt trotzdem implizit auch im Film enthalten, nämlich über die Aufklärung darüber, dass sie aufpassen sollen, mit wem sie schlafen. Also es geht nicht darum zu sagen, passt auf, ihr könnt davon ein Kind bekommen. Das wäre sozusagen in unserer Aufklärungsfantasie so, um zu erklären, was dann passiert, sondern sie sollen nur darauf achten, mit wem sie schlafen und am besten untereinander bleiben, um entsprechend Krankheiten zu vermeiden. Ja, weil sie gesund bleiben sollen. Vielleicht kann ich da, aber das habe ich jetzt... Aber Diego, du willst mich noch unterbrechen vorher? Ja doch, ich würde dich gerne nochmal kurz unterbrechen, weil ich habe jetzt Maxis Punkt nicht verstanden, also soll er jetzt das bekräftigen oder entkräften? Nein, ich glaube, dass es dadurch implizit enthalten ist, sozusagen. Normalerweise, wenn wir an den Biologieunterricht denken und uns vorstellen, wenn es wird über Sexualität und Miteinander schlafen aufgeklärt, dann wird eigentlich erklärt, was sind die Folgen von Miteinander schlafen. Und da wird nicht als allererstes thematisiert, das ist krank sein, sondern da wird auch thematisiert, dass man darüber halt ein Kind erzeugen kann. Und in dem Augenblick wird aber nur über diesen Gesundheitsaspekt immer wieder gesprochen. Also, da könnte man daraus schließen, sie können keine Kinder bekommen. Aber es wird nicht explizit gesagt. Ach, in dem Film? Ach so, ja, 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 okay. So würde ich sagen. Okay. In dem Fall, wenn man sie trotzdem darauf hinweist, sexuelle Normen zu achten, ohne dass das eine praktische Konsequenz hat, was das Kinderkriegen angeht, die Gesundheit hätte es natürlich, aber gut. Ist das ja eine Disziplinierung und ich sah den ganzen Film so ein bisschen auch durch die Brille von Foucault, der ja sagt, also der Soziologe Michel Foucault sagt ja, Schule dient dazu, Bürger in ihre zugewiesenen Rollen in der Gesellschaft zuzuordnen. Und das klappt ja ja perfekt, perfekt. Durch die völlige Akzeptanz, zukünftig als Ersatzteillager zu dienen. Ja, ja, und ja, so ähnlich, also frage ich mich, ob wir da so weit weg sind, wenn wir bestimmten Leuten halt in der Schule klar machen, im dreigliedrigen Schulsystem zum Beispiel, du wirst mal studieren, du wirst mal dies und das tun, ja, und die Funktion der Schule, sage ich dort sehr schön, die haben diese Kinder völlig, aber das kann ich jetzt hier nicht lesen, da muss ich mal das zusammenstellen. Ja, aber das ist ein sehr guter Punkt. Ja, die Parallele habe ich gar nicht gesehen. Ja, ach so. Und hier wird halt deutlich, wozu Kinder eigentlich lernen. Nämlich für diese Klone, die ja gar keine sind, aber die ist das Lernen und Vermitteln von Lernstoff ja nebensächlich. Die Hauptarbeit ist die Disziplinierung, nämlich das Hinführen zu einem für die Gesellschaft nützlichen Individuen. Die sind halt nützlich für die Gesellschaft, indem sie ihre Organe spenden. Und das ist die Hauptfunktion von Schule. Und natürlich gibt es immer wieder Leute, die sagen, wie kommt das denn, dass in der Hirnforschung hat man so viel Erkenntnisse über das gute Lernen, ja. Und wieso wird das nicht umgesetzt? Ja, es wird deshalb nicht umgesetzt, weil Schule halt nicht in erster Linie der Wissensvermittlung dient, sondern der Disziplinierung. Da nützt es halt wenig, zu wissen, wie man sich Fakten schnell aneignet oder so. Nein, da müssen die halt erstmal einen ganzen Sozialisationsprozess durchlaufen. Das ist die Funktion von Schule und deshalb wird die Hirnforschung, das ist meine Prognose, dort auch nicht viel ändern können mit ihren Ergebnissen, solange die Funktion der Schule sich nicht deckt mit den gesellschaftlichen Anforderungen. Aber das ist ein guter Punkt, also dass der Film diese Komponente nicht nur beinhaltet, sondern dass es tatsächlich auch so gesehen werden kann, wie du es darstellst. Das ist ein wesentlicher Aspekt dieses Filmes, ja wirklich Kritik an dem Bildungssystem darstellt. Wobei Foucault, muss man sagen, kritisiert es ja nicht grundsätzlich. Er sagt, es geht ja auch nicht anders. Kinder, also die Menschen müssen ja auch irgendwie in die Gesellschaft hineingeführt werden. Ob es jetzt über die Schule sein muss, das ist natürlich fraglich. Ja, aber es wäre eine Systementlarvungskomponente, die der Film beinhaltet, ja. Ich habe aber mal, also ich habe mal gelesen, dass Pubertierende schon neurologisch, und jetzt kommen wir mal zu einem Punkt, den Diego hier nicht gern behandeln will, denn es geht ja hier bei uns immer nicht, worum? Es geht nicht ums Gehirn. Ja, aber ich habe halt mal gelesen, weil Soziologen halt nicht ins Gehirn reingucken können. Ich habe mal gelesen, dass Pubertierende schon neurologisch so vorveranlagt sind, dass sie Blödsinn machen müssen und Risiken eingehen müssen. Und dass das halt der Punkt ist, von Generation zu Generation, dass überhaupt Neues entsteht, ja. Und dass die Schule das halt auch nicht vollständig wegbringen kann, weil es halt genetisch verankert ist und evolutionär sinnvoll, ja, um gesellschaftliche Veränderungen zu ermöglichen. Wenn es denn Klone wären, was es aber nicht sind, könnten die ja diese genetische Komponente auch wegoperiert haben. Und dann wäre ganz klar, warum es keine Rebellion gibt, vielleicht. Aber ihr habt das Buch gelesen. Wird da irgendwie deutlich, warum es keine Rebellion gibt? Nein. Aus meiner Sicht nicht. Aber also ich habe eine Interpretation davon und die ist immer, dass ihnen die Referenz fehlt. Weil sie ja in ihrem eigenen System in Hellschirm gar nicht in der Lage sind, irgendeine Idee davon zu entwickeln, was Leben überhaupt sein könnte. Also Leben außerhalb dieser Schule auch. Und nur mit dieser Idee aufwachsen. Naja, eigentlich sozusagen mit Malen sich zu identifizieren. Das ist ein Punkt. Und mit dem, was sie eintauschen können gegen ihre Coupons, die sie da irgendwie verdienen können. Also wenn sie dann irgendwie immer ihre kleinen Geschenkchen da abholen oder Produkte kaufen können. Und dass das sozusagen der einzige Sinn ist, der ihnen dort gegeben wird. Und ihnen wird ja ganz lange Zeit auch eben nicht gesagt, was ihre Aufgabe später sein wird. Das wird sozusagen im Unterton immer mit vermittelt, indem sie auf sich selbst achten soll. Also es geht ja wirklich nur um sie selbst. Es geht ja um gar keine gesellschaftliche Zusammensein in dem Augenblick. Da wird es, glaube ich, ein Stück weit vermittelt. Aber ihnen wird nie gesagt, pass mal auf, das und das erwartet euch. Das passiert zu einem viel späteren Zeitpunkt. Und ich glaube, jetzt habe ich meinen Ansatzpunkt leider vergessen. Die Referenz. Die Referenz, genau. Ich bin im Wesentlichen mit Maxi einverstanden. Und denke auch, dass das sehr viel damit zu tun hat, in welcher sozialen Wirklichkeit sie groß werden. Die sie dann halt eben als selbstverständlich dann auch so annehmen. Und genau diese fehlende Referenz ist, finde ich, ein sehr guter Hinweis. Von Maxi, der eben dazu führt, also Referenz im Hinblick darauf, oder Referenz gemessen an der Gesellschaft, die wir kennen und Referenz gemessen an dem Menschenbild, das wir haben. Die, genau die fehlt ihnen. Und sie werden dann groß bis, wie du gesagt hast, so ungefähr bis sie 18 sind, bis sie dann halt eben dann dieses, ja, sehr geschützte, diesen sehr geschützten Raum. Also eigentlich ist es eine totale Institution, die sie ja nicht verlassen können, also wie ein Gefängnis. Also jetzt von der, soziologisch würden wir sagen, es ist eine totale Institution, weil sie sie ja nicht verlassen können. Und ja, und ich denke, was Maxi gesagt hat, trifft es wirklich sehr gut, dass ihnen eben, sie werden groß in einer Wirklichkeit, die absolut ist, die der Schule. Und sie haben keine Referenz außerhalb dieser, die ihnen dort gegeben werden. Und dazu zählt eben nicht, dass man als geklonter oder nicht geklonter, wie auch immer, Ersatzteillager Mensch oder Wesen rebellieren könnte. Also sie nehmen das, für sie ist es so selbstverständlich, dass sie als Ersatzteillager für die anderen dann dienen werden, dass sie das dann erst gar nicht mehr in Frage stellen, weil ihnen das halt eben 18 Jahre lang so vorgelebt wird und so vermittelt wird. Das ist auch was, was der Soziologe Georg Simmel niedergeschrieben hat, dass er, dass sehr viel Herrschaft nicht auf Repressalien und so beruht, sondern unheimlich viel wirklich auf der, auf der Akzeptanz. Ja, ja klar. Georg Simmel, eigentlich ist das ja ein Hauswissen, oder? Dass man ja die Blockaden auch im Kopf hat, also dass man sich fragt, warum mache ich das jetzt hier? Eigentlich hat der oder der mir doch gar nichts zu sagen. Ja, also zum Beispiel, wenn man den Chef im Park trifft, ja, und der sagt, dann holen Sie mir doch mal bitte ein Eis. Dann holt man ja das, obwohl man gar nicht in der Rolle das jetzt, also obwohl Feierabend ist, ne? Also, ja. Obwohl ich glaube, dass das sogar noch über einen Punkt hinausgeht, weil sie auch zum Beispiel einen ganz normalen Tagesablauf gar nicht mitbekommen haben. Also, selbst wenn sie den Stereotyp Arbeiten zum Beispiel mitbekommen hätten, hätte es ihnen helfen können, um später zu rebellieren oder zu interpretieren, wenn Ruth unbedingt in diesem Büro später mal arbeiten möchte. Oder sie davorstehen und überlegen, was jetzt in diesem Büro eigentlich passiert. Und sie haben keinerlei Verhältnis dazu. Also, es könnte, die könnten da auch Handstände machen, das wäre relativ egal, was in diesem Büro gerade passiert. Sie können gar nicht einordnen, was ist Arbeit eigentlich, wie ist so ein Leben eines normalen Menschen organisiert. Für sie gibt es halt dieses Dasein, sich miteinander beschäftigen, malen und gesund sein im Zweifelsfall. Und alles andere ist ja nur Nachahmung. Sie kennen ja auch den Begriff der Rebellion gar nicht. Also, um bei dem Referenzbegriff zu bleiben, es gibt ja gar keine Referenzen von Rebellion. Unsere Kinder wachsen ja auf mit Geschichten, wo Rebellion auch vorkommt. Das gibt es ja dort nicht. Also, die Gefühle, die Rebellion, also rebellische Gefühle zum Beispiel, können die gar nicht einordnen. Das findet in dem sozialen Kontext gar keine Entsprechung. Deshalb können die das wahrscheinlich auch gar nicht organisieren im Kopf. Obwohl es stattfindet, ne? Also, Tommy... Tommy rebelliert? Naja, Tommy könnte man zumindest als Rebell wahrnehmen an der Stelle, dass er sagt, er kann mit diesen Malen überhaupt nichts anfangen. Aber das Interessante ist ja, dass dort eigentlich diese... Also, Tommy rebelliert. Man könnte es als Rebellion interpretieren. Er mag nicht malen und er wird, ohne dass er... Und dass man jetzt sagen kann, das ist eine bewusste Entscheidung, aber er flippt aus, er rastet aus und möchte... Weiß nicht, schmeißt sich auf den Boden, möchte mit den Leuten nicht sprechen. Um eigentlich zu signalisieren, da ist irgendwas nicht okay, aus meiner Sicht. Und die Lehrerin, ihren Namen habe ich leider vergessen, sagt ja in einem intensiven Gespräch offensichtlich zu ihm, dass es okay ist. Ja. Und das hilft ihm ja ungemein. An der Stelle beschäftigt er sich aber gar nicht mehr mit dem Thema Malen. Sondern dann ist es einfach okay und er schließt plötzlich Freundschaft mit allen anderen auf. Er... ja. Das ist so ein Auflösen im Prinzip aller Ansätze von Rebellion. Und später rebelliert er doch im Grunde auch nochmal, als er... Naja, es ist zumindest... Es ist ja keine Rebellion, die sozusagen das System, in dem er groß geworden ist, durchbricht. Aber es ist zumindest eine innerhalb dieses bekannten Systems, wo er die These aufstellt, dass eben diese Kunstwerke gesammelt worden sind, um in ihre Seelen zu blicken, blicken zu können. Um daraus dann ja Rückschlüsse ziehen zu können, ob zwei Menschen wirklich sich lieben oder nicht. Um dann gegebenenfalls zu entscheiden, dass sie halt ein paar Jahre länger miteinander verbringen können, bevor sie anfangen müssen, Organe zu spenden. Das ist ja auch eine Form von... Naja, es ist so ein kleines Aufbegehren im Grunde innerhalb dieses ihnen bekannten Systems. Er stellt nicht grundsätzlich in Frage, dass er irgendwann Organe wird spenden müssen. Also diese Zweiklassengesellschaft in gewisser Weise stellt er nicht in Frage, aber die Funktionsweise des bekannten Systems schon. Zumindest, ja, insofern ist es schon eine kleine Rebellion. Für mich in diesem ganzen Film gibt es keinerlei von Emotionen. Und ich glaube auch dieses emotionslose Eingerolle, was sozusagen... Einmal schreit er. Na gut, aber er schreit ja ganz am Anfang. Also er schreit, weil das irgendwie in seiner Persönlichkeit offensichtlich verankert ist. Dass er sich zwar irgendwie ungerecht behandelt fühlt, aber das nicht nach außen tragen kann. Oder er findet eine Situation nicht in Ordnung, aber er kann nicht sagen, warum. Und dann schreit er und rastet aus. Und das ist das Einzige, woran er signalisieren kann, dass es nicht geht. Diese Figur von Tommy ist schon ein bisschen ambivalent. Also diese Schrei, diese Tobsuchtsanfälle, die er hat, die kann man ja schon ein bisschen so deuten, dass er vielleicht der Einzige ist, der halt eben von Anfang an sich schwer tut, das zu akzeptieren. Und deshalb dann auch diese Tobsuchtsanfälle als Ventil dann irgendwie nutzt. Also er vermag es zwar nicht, etwas daran zu ändern, also wahrscheinlich würde er sich nicht mal so in seinen Künsten träumen, das irgendwie ausmalen, dass er jetzt wirklich abhaut und wirklich rebelliert. Aber diese Schreianfälle deuten vielleicht doch darauf hin, dass er der Einzige ist, der sich zumindest schwer tut, das so hinzunehmen. Der es spürt. Also ich glaube, das ist halt etwas Unterbewusstes, was passiert. Ich glaube nicht, dass es... Ja, er spürt, dass es so nicht okay ist. Genauso wie einige ja auch dann, wie soll ich sagen, dann auch so Nervenzusammenbrüche haben, weil sie einfach dann irgendwie so zusammenbrechen unter der Last des Alltags, also unter den vielen Entbehrungen und irgendwie so Einschnürungen, denen wir... Der Schrei als Nicht-Rebellion sozusagen, weil die Energie in die Luft verpufft. Ja, genau. Ich habe... Du hast von Klassengesellschaft geredet und da ist mir auch ein Punkt eingefallen. Kennt ihr diesen Soziologen, Herrn Popitz? Ja. Habt ihr davon schon mal was gehört? Der hat... Oder ist es ein Ethnologe? Ja, es ist ein Soziologe. Ein Soziologe, ja. Popitz. Und der hat ja diese Kreuzfahrtschiffsstudie durchgeführt in den 50er Jahren. Also da waren... War auf dem Kreuzfahrt Passagiere, mehr Passagiere als Liegestühle und das war zunächst kein Problem. Wer sich sonnen wollte, legte sich drauf, ging weg, kam andere, legte sich drauf her. Dann kamen neue Passagiere dazu. Und die fingen an, diese Stühle mit Handtüchern zu belegen. Die haben die sozusagen für sich besetzt. Und auch wenn sie baden gegangen sind und der Stuhl war frei, war ihr Handtuch drauf und wollte jemand drauf, dann haben die gesagt, hier, weg, das ist doch meiner. Und da beobachtete Popitz so ein Ungleichgewicht von Besitzenden und Besitzlosen. Also es wurde eine richtige Zweiklassengesellschaft, die einen hatten und die anderen hatten nicht. Und er sagt, also es geht darum, dass er sagt, allein die Besitznahme bringt einen Organisationsvorteil, der schon zur Ungerechtigkeit führt. Und die Nichtbesitzenden sind unorganisiert. Aber auf den Punkt, auf den ich hier drauf will, ist, dass es diese Wächter gab, die nennt er Wächter. Das sind Leute, die aufgepasst haben, dass jemand, der einen Stuhl besetzt hat und baden ging, dass sich kein anderer draufsetzte von den Besitzlosen. Und dafür, dass dieser Wächter aufgepasst hat, durfte er mal ein oder zwei Stunden auch auf diesem Stuhl liegen. Und diese Katie in dem Film, die wird ja eine Betreuerin. Es gibt ja diese Betreuer, die dürfen länger leben und sorgen dafür, dass die anderen Klone sich ruhig verhalten und ihr Schicksal annehmen und sich operieren lassen, ohne Widerstand zu leisten. Und das hat mich genau an diese Wächterfunktion erinnert, dass du in einer Klassengesellschaft zwischen Unterdrückten und Herrschern, dass es immer dieses Dilemma besteht, dass du ein paar von den Unterdrückten durch ein paar Zusagen, ein paar Privilegien anfüttern kannst, diese Unterdrückung noch mit zu verstärken, zu reproduzieren. Und Katie ist genau so jemand durch ihre Wächterfunktion. Sie kriegt Jahre dazu. Über die Masse sind das halt Leute, die werden Wächter, die kriegen Jahre geschenkt. Die dürfen dann viel älter werden, bis 28 oder so. Und passen auf, dass das System weiter funktioniert. Und das hast du ja auch in Gefängnissen. Da gibt es dann in den Filmen immer die Leute, die Privilegien kriegen und dafür für die Chefs, also für die Wächter arbeiten, für die Knastwärter. Und wehe, wenn denen dann die Privilegien wieder entzogen werden, dann werden sie umgebracht. Das ist ein ganz wichtiges Merkmal vielleicht auch, warum keine Rebellion stattfindet. Dieser Film zeigt halt diese These von Puppets auch nochmal, dass diese Unterdrückung halt auch immer diese Wächterfunktion drin hat. Weil wir ja mal gesagt haben, dass Filme soziologisch besser die Gesellschaft abbilden als die ganzen Bücher von den ganzen Soziologen. Die ganzen dicken Bücher, ja. Und auch da bildet der Film wieder das System gut ab, bis ins kleinste Detail. Also bei Puppets würden wir dir, glaube ich, beide nicht zustimmen. Ja, also ich denke zum einen, also so wie ich es verstanden habe, wird man nicht Carer in dem, also man erhält kein Privileg und wird Carer, sondern man wird Carer, wenn die Organe noch nicht abgerufen werden von der entsprechenden Person. Deswegen können die sozusagen so lange andere versorgen, bis sie nicht gebraucht werden oder ihre Organe nicht beansprucht werden. Weil, ich bin nicht ganz sicher, aber... Die kriegen keine Privilegien. Nein. Und das Ziel ist, glaube ich, auch ein anderes. Ich glaube eher, dass der Sinn, und den sehe ich irgendwie bei Ruth kommuniziert zum Schluss, darin liegt, zu spenden und im Zweifelsfall so oft wie möglich zu spenden. Also wer nach dem ersten oder zweiten Mal verstirbt, der hat so, ja, den Durchschnitt gebracht sozusagen, aber wer es schafft, das dritte Mal zu spenden, der nimmt eine, hat eine herausragende Rolle, weil er sozusagen seiner Aufgabe als Spender ganz umfangreich nachgekommen ist. Und das sehe ich auch als, also wirklich als Zielsetzung. Es ist ja an keiner Stelle, dass Cas irgendwie herausgehoben wird. Nein. Dann habe ich das falsch in Erinnerung. Ich dachte, mich zu erinnern, dass die als Privileg länger leben dürfen. Nein, nein. Im Prinzip können ja auch alle sich anmelden, um Carer zu werden. Das sagt sie auch, also wenn sie zu den Cottages fahren. Ja gut, das spielt ja keine Rolle, ob sich alle anmelden können. Nein, nein, aber wenn du... In dem Moment, ich glaube, nein, nein, in dem Moment, wo du dich anmeldest, wirst du auch genommen. Wo du sagst, wo du die Bereitschaft signalisierst, ich möchte als Carer arbeiten, dann wirst du geschult und dann bist du Carer. Und solange, wie Maxi schon gesagt hat, deine Organe dann gebraucht werden. Und eine weitere, wichtigere Funktion ist, glaube ich, die, dass die unter sich bleiben. Denn natürlich möchte kein... Also man braucht ja auf jeden Fall Carer. Also man braucht auf jeden Fall Leute, die sich um die kümmern, die jetzt gerade ein Organ gespendet haben. Die haben ja keine Familien und keine Angehörigen, die ansonsten besuchen kommen. Und wahrscheinlich würde man dann sofort sterben. Das heißt, diese Carer sind... Die Katie ist ja auch total stolz auf ihren Job. Sie sagt ja am Ende irgendwie, prima, alle meine sind sehr gleichgültig gestorben quasi. Also haben nicht rebelliert, sind sehr ruhig gewesen, ihre zu betreuen. Das heißt, diese Carer sind das, was heute Pädagogen sind. Sie halten die unterdrückten Hauptschüler durch irgendwelche Maßnahmen davon ab, das ganze System infrage zu stellen. Das ist jetzt auch... Also ich meine, das ist in deiner Foucault-Kerbe jetzt so gedacht. Und das ist jetzt auch nicht so verkehrt. Aber ich glaube, das ist, glaube ich, nicht so sehr das, worauf es da ankommt. Ich glaube, es kommt eher darauf an, dass dieses System, dieses Subsystem der Nicht-Menschen oder der Ersatzteil Menschen, geklont oder nicht geklont, unter sich bleibt. Und dass die auch weiterhin als... Es ist ja so eine Art Ersatzfamilie ja auch. Die sind ja füreinander wie Geschwister. Und es muss... Ja, die müssen dann auch füreinander dann auch aufpassen. Und ich glaube, das trifft es eher, weil der Hauptschullehrer, der hat studiert. Also insofern, die bleiben nicht unter sich. Ich sehe sogar noch eine andere Funktion. Einerseits dieses unter sich zu bleiben und andererseits aber auch... Es ist ja ein Ziel von Kess, dass die anderen möglichst lange leben und möglichst viele Organe spenden können. Es ist sozusagen jemand anderes, der zu diesen Personen, die da als Ersatzteillager dienen, keinen Bezug hat. Der könnte sagen, oh Gott, ich habe es nicht rechtzeitig geschafft, dem Keks zu reichen oder dem Getränk zu geben. Kess sieht es aber als Herausforderung ja auch zu sagen, ihre gepflegten Personen schaffen es halt auch und ihnen geht es besser an einem bestimmten Punkt. Ja. Also ich glaube, es ist sogar wichtig dafür, sonst würden die alle nach dem ersten, zweiten Mal versterben, weil sie demoralisiert sind. Aber trotzdem machen diese Betreuer ja Folgendes. Wollen helfen und helfen denen ja auch wirklich, denn es gibt ja nicht so viele Chancen, dem zu entgehen. Helfen ihren Mitzöglingen und stabilisieren dadurch trotzdem das ungerechte System. Ja, absolut, ja, auf jeden Fall. Aber das ist doch das Bezeichnende oder das Besondere dieses Filmes und des Buches überhaupt. Diese, das, was ja bei, wenn man jetzt in den Amazon-Rezensionen liest, ja bei vielen Leserinnen und Leser oder Zuschauerinnen und Zuschauer auf so viel Unverständnis stößt, die den Film dann oder das Buch blöd finden, weil sie eben sagen, ja wie beschreut ist das denn? Man kann sich überhaupt nicht vorstellen und nachvollziehen, wieso die halt eben nicht was dagegen unternehmen. Und aber gerade das ist für mich eigentlich so die Quintessenz dieses Filmes, dass er eben diese, in der Hinsicht ist er also hochgradig systementlarvend, weil er eben darstellt, wie Menschen, nicht Menschen, aber im Grunde sind diese Wesen ja genauso, in jeder Hinsicht genauso wie alle anderen Menschen auch, ein bestimmtes System oder eine bestimmte, wie soll ich sagen, ja Bestimmung, die ihn zugedacht ist, für selbstverständlich halten und nicht in Frage stellen. Und das bleibt ja bis zum Schluss und dieses nicht in Frage stellen der sozialen Ordnung, in der man groß geworden ist, in die man hineingeboren worden ist, das ist, finde ich, die, also für mich die Quintessenz des Films, also der führt einem das vor, also und zwar in einem ganz besonders krassen, extremen Fall, nämlich den eben, dass die ja dann als Ersatzteillager dienen, aber dass sie trotzdem halt eben in diese Wirklichkeit und diese Ordnung hineingeboren werden und ihnen nichts anderes auch vorgeführt wird, dass sie das einfach so hinnehmen und es dabei auch bleibt. Ein Filmkritiker hat auch mal geschrieben, der Film zeigt uns halt nicht, wie bei der Insel, das ist ja so ein ähnliches Thema, die Illusion von Helden, die dann alles wieder richten, sondern zeigt uns, dass wir die schweigende Masse sind. Ja, genau. Denn auch von den Bürgern fühlt sich ja offenbar keiner berufen, den irgendwie, also wir wissen es nicht, weil wir die Hintergründe gar nicht so erfahren, die gesellschaftlichen, aber es gibt dort, wird keine Organisation vorgestellt, die dagegen ist. Ja, genau. Also alles wird so stillschweigend. Aber die Frage ist halt, ob es stillschweigend, Hellschirmen gibt es ja zum Schluss nicht mehr, oder? Nee, genau. Und das ist für mich tatsächlich die Frage, warum es das nicht mehr gibt zum Schluss. Ich denke, okay, möglicherweise ist es doch ein Einsehen an die Situation, oder man sagt einfach, man muss es effizienter gestalten und Hellschirmen ist keine Option. Ja, ich glaube, es geht um die Effizienz, oder? Und das Hellschirmen, das, worum es bei Hellschirmen ging, nämlich herauszufinden oder halt eben zu zeigen, dass das auch Menschen sind, die auch eine Würde haben. Das daran eben, das sagt sie ja auch dann am Ende, wenn sie sie dann aufsuchen, die Madame, dass niemand in der Gesellschaft ein Interesse daran hatte, das zu erfahren, weil alle eben bis 100 und noch länger leben wollten. Und niemand wollte das Rad wieder zurückdrehen. Niemand hatte ein Interesse daran, dass ihnen gesagt wird, dass das auch Menschen sind, die eben nicht geschlachtet werden dürfen, wie Tiere, oder? Wo wir gerade dabei sind, das ist ja auch ein Plädoyer für Vegetarismus, was wir dort sehen. Ein Argument der Fleischesser ist ja immer, die Schweine sind ja nur dafür gezüchtet worden, um gegessen zu werden. Die sind ja nur am Leben, weil wir sie essen wollen. Und so könnte man ja auch sagen, die Kinder dort sind ja nur am Leben, weil wir sie für unsere Organe brauchen. Also sonst würden sie gar nicht leben. Also würden, weil sie sind ja keine Klone. Aber wir gehen mal davon aus, das wären Klone. Ist dann die Frage, wenn man einen Menschen nur herstellt zu einem Zweck, würde man nicht sagen, er muss diesem Zweck auch dienen. Sondern man würde sagen, sofern er dann auf der Welt ist, muss ich mich ihm menschlich verhalten. Und insofern, das sagen ja die Vegetarier, du hast nicht das Recht, ein Tier zu töten, weil du es zum Töten hergestellt hast. Diese Argumentation, du kannst es essen, kannst du machen, aber nicht mit dieser Argumentation. Finde ich nochmal einen wichtigen Punkt. Wäre in so einer Gesellschaft Terrorismus gerechtfertigt? Wer bitte Terrorismus? Ja. In so einer, könnte man doch jeden Zivilisten erschießen als Terrorist. Du würdest immer den Richtigen treffen, weil die ganze Gesellschaft sind die Bösen sozusagen, die die Klone unterdrücken. Ja. Also, weil ich mich frage, Terrorismus ist ja nun eigentlich keine Option, aber dort in der Gesellschaft Terrorismus sehe ich gar nicht so ungerechtfertigt, wenn man den dort vornehmen würde. Aber von welcher Seite? Nicht ausgehend von den Spendern, oder? Sondern ausgehend von irgendjemandem, der das System von außen beobachtet. Von außen, oder von den Spendern. Ja, die Spender haben natürlich alles Recht der Welt, aber auch von außen. Wenn du sagst, das kann ich nicht akzeptieren, wäre dort Terrorismus legitim? Das ist ja ganz, ganz schwer, weil, ich meine, ja, es ist so, wie du gesagt hast. Es ist ja nicht so, dass dann ein Mensch oder eine kleine Gruppe, eine Elite, dann, ob es gerechtfertigt ist, dass man eine kleine Anzahl von Menschen umbringt, um dann eine große Mehrheit von anderen Menschen zu schützen. Sondern in dem Fall ist es ja eigentlich eher eine Minderheit, die Mehrheit ja dann umbringen müsste. Ich glaube, eine andere terroristische Situation könnte entstehen, wenn man sich überlegt, dass die ja eventuell aus verschiedenen Schulen kommen. Also Halsham scheint ja ein System gewesen zu sein, das sehr stark auf Gesundheit gesetzt hat, wo Kunst irgendwie im Mittelpunkt stand. Also möglicherweise ein System, was die Klone dort angeregt hat, tatsächlich über sich nachzudenken und ihrem Sinn orientiert entsprechend auch zu leben. Ich weiß nicht, die anderen, die auf dem Cottage waren, wie die tatsächlich aufgewachsen sind, das erfährt man ja auch nicht so richtig, was deren Rahmenbedingungen sind. Und möglicherweise sind die, in Anführungsstrichen, von einer schlechteren Qualität für den Menschen, der sie als Ersatzteillager nutzen möchte. Und darin könnte natürlich einfach eine Ungleichbehandlung oder das Gefühl der Ungleichbehandlung trotz eines gleichen Systems auch zwischen den Menschen, die die Beanspruchung entstehen. Insofern finde ich, gibt es zumindest viel Potenzial auch, um das eben auch von der Menschseite, die diese Klone nutzen, eben nicht als gegeben hinzunehmen, sondern auch da zu rebellieren. Okay, weil die Uhr ruft, will ich euch doch nochmal verraten, warum ich behaupte, dass das keine Klone sind. Ja, da bin ich gespannt. Wenn es euch interessiert. Ja, sehr. Also, erst mal, also ich gehe jetzt nur vom Film aus, ja. Im Buch kann das ganz anders sein. Wir wissen ja, du selbst, Diego, du hast gesagt, Filme haben recht, also Filme stehen über den Büchern. Ja, inzwischen, ja. In der Gegenwart. Ja, also der Film spielt ja erstens in den 70er Jahren. Ja. So, wir wissen von den 70er, also lasst mich erst ausreden, ja. Wir wissen von den 70ern, damals gab es noch keine Klone. Der erste Durchbruch, der gelang ja 19, ich habe da mal geguckt, der gelang 1902, jetzt will ich mal kurz gucken. Warst du, hast du den Anfang gesehen vom Film? Da wird das ja so dargestellt, dass es ein Durchbruch war in der Medizin. So, am Anfang, gut, am Anfang kommt die Schrift. Genau, ja. Okay, gut. Und da steht, 1952 kam der medizinische Durchbruch. Wir wissen aber noch nicht welcher. Dann habe ich nachgeguckt, was 1952 war und tatsächlich gab es da die erste Transplantation. Die war noch nicht erfolgreich, also nicht lange erfolgreich. Zwei Tage oder so, ne? Ja, und 1954 kam dann die erfolgreiche, aber es war der Durchbruch erst mal des Transplantierens. Wenn man es realistisch sieht, spielt ja dieser Film 1970 und nicht irgendwo in der Zukunft. Und man muss sagen, zwischen 1952 und dem Klonen, der Möglichkeit zum Klonen, die erstmals mit dem Schaf Dolly in den 90ern, sagen wir mal, ja, 2000 wären vielleicht Menschen in einer anderen Gesellschaft klonbar gewesen. Da gibt es ja eine Vorlaufzeit und es gibt ja so eine medizinische Vorlaufzeit zwischen bestimmten Ereignissen der Medizin. Klonen ist, also das ist meine These, auf die das aufbaut, ist nicht möglich, bevor man transplantiert. Also wir sehen ja, da ist so eine Entwicklung gewesen, hin von 40 Jahren Vorlaufzeit und 40 Jahre nach dem Transplantieren konnte man klonen. Wenn jetzt der Film 1970 spielt, also wenn der Film mit dem Durchbruch 1952 das Klonen von Menschen meint, hätte die Transplantation mit einer Vorlaufzeit von 40, 42 Jahren schon 1900 stattfinden müssen. Das ist für mich völlig unplausibel, so eine Geschichte zu erfinden, dass da 19, also da hätte man die ganze Geschichte rückführen müssen. Oder mit dem Durchbruch meint der Film nicht das Klonen, sondern er meint tatsächlich das Transplantieren. Und das ist sehr nah, weil ja 1952 tatsächlich der Durchbruch im Transplantieren stattfand. Und da frage ich mich, diese Vorlaufzeit können die einerseits natürlich überschritten haben und sagen, nein, gibt es nicht. Aber ich glaube, es war 1970, es gab das Klonen. Dann wurden die Kinder von Prostituierten und so weiter, weißen Kinder und so, wurden eingefärcht in solche Internate. Einen kleinen Hinweis gibt es ja darauf, als die sich unterhalten, wo sie denn herkommen, wer denn der Spender ist. Da sagt sie, wir werden nur von Prostituierten und so weiter wahrscheinlich abstammen. Und dort werden die aufgezogen und ihnen wird gesagt, dass sie Klone sind. Weil durch das Sagen der Klone kann man diesen Trick mit der Seele einführen, um die ruhigzustellen. Dann bekommen die Jahreszeiten auch wieder Sinn, denn dann gibt es keine Verzerrung der Vorlaufzeit und so. Dann kann man sagen, okay, 1952 gab es den Durchbruch. 1952 gab es das Transplantieren, da hat sich die Gesellschaft überlegt, ja, wo kriegen wir aber jetzt das Material her? Und dann wurde in der Geschichte eine Parallelwelt aufgemacht zu unserer, in der die ethischen Normen zurückgefahren sind. Insofern ist das überhaupt kein Science-Fiction-Film, sondern einfach eine andere normative Entwicklung. Denn ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum spielt der 1970? Der hätte ja viel später spielen müssen, wie alle anderen Klonen-Filme. Naja, das finde ich jetzt gar nicht so zwingend notwendig. Der erzählt einfach die Vergangenheit anders. Ja, aber das macht doch keinen Sinn, dann müsste er 1900 auch anders erklären. Naja, er tut so, als ob, also so nach dem Motto, stell dir vor, wie es hätte sein können, wenn schon Ende der 50er Jahre das Klonen funktioniert hätte. Also, das Klonen gleichzeitig, also der Durchbruch des Transplantierens und des Klonens passiert gleichzeitig. Ja. Das sag, ja, das sagst du, aber das sagt der Film ja gar nicht. Nee, der sagt das nicht, aber er legt es, er legt es schon nahe. Und ich sehe jetzt auch kein Problem darin. Und das ist halt der Punkt, du glaubst auch, dass die Klone sind. Und du wirfst denen vor, ja, dass die, also nicht wirfst vor, aber du sagst, warum rebellieren sie nicht? Du rebellierst ja selber auch nicht gegen die Behauptung, dass die Klone sind. Der Film macht nämlich überhaupt keine Aussage darüber, darum geht die Kamera auch nie in die Gesellschaft rein. Dann würden wir sehen, dass es diese Klonen-Labore gar nicht gibt, das ist nur erzählt. Und wir gehen voll dem Film auf den Leim. Und der Film macht mit uns genau das, was dort mit den Kindern geschieht. Er lässt uns glauben, in dieser Fiktion, es gäbe diese Klone. Und wir unterhalten uns dann, haben die eine Seele, haben die keine. Unterweil gibt es das gar nicht, wir hinterfragen gar nicht, ob überhaupt geklont wird. Wenn wir sagen, dass dieses Gleichbleiben und eben nicht Rebellieren auch davon abhängig ist, dass die von Anfang an in Hellschirmen aufgewachsen sind, dann wäre für mich die Frage, wenn sie von Prostituierten stammen würden, werden die alle zur gleichen Zeit weggenommen, zum Zeitpunkt der Geburt, ist jemand, der als Prostituierte ein Kind zur Welt gibt, gezwungen, dieses Kind abzugeben. Also diese Sammlung von Kindern würde ich für schwierig halten. Und was mich eigentlich später überzeugt hat, dann zu glauben, dass es doch Klone sind, als die Joda es angesprochen hat, war dieser Punkt. Ich weiß nicht mehr, wie sie im Deutschen heißen, aber diese Menschen, die dann die Organe bekommen von diesen Spendern, wenn ihr als Possibles bezeichnet. Und wenn ihr als Possibles bezeichnet, das müsste man jetzt wahrscheinlich klären, weil sie die potenziellen Empfänger sein können. Oder wenn ihr als Possibles bezeichnet, so wie Ruth das ja offensichtlich auch empfindet, die sieht ihr halt ähnlich. Die ist genauso wie sie. Und deswegen ist sie ein Possibles in dem Sinne, dass sie auch sie sein könnte. Ja, genau. Ich habe eigentlich geglaubt, sie identifiziert sich mit dieser Person, weil sie so aussieht und entsprechend muss das ein Klon sein. Aber ich finde die Annahme schon auch berechtigt zu sagen, sind das überhaupt Klone und woher kommen die? Weil es wird nicht beleuchtet und möglicherweise steht einfach nur dieses, man kann halt Organe von einem Menschen in den anderen versetzen im Vordergrund, weil die Frage besteht ja heute auch mit unserem Organspende-Skandal. Wer bekommt wann ein Organ und von wem? Und um diese Gerechtigkeitsfrage aufzulösen, wäre es natürlich super, wenn es Leute gibt, die da immer bereitwillig zur Verfügung stehen. Insofern kann das schon auch nur darauf korreieren, finde ich. Ich muss hier nochmal drauf drängen, als Skeptiker benutze ich Organs Rasiermesser. Also das heißt, nach dessen Postulat soll man die Theorien nehmen, die als wahr sozusagen betrachten oder die annehmen, die die wenigsten Grundannahmen macht. Und der Film funktioniert unter meiner These, dass nämlich, dass Leute sind, die Findelkinder und was weiß ich, so ein Gemisch von Kindern, ein Auffangbecken, funktioniert der mit weniger Grundannahmen, als dass man sagt, 1952 ist das Transplantieren entwickelt worden und gleichzeitig das Klonen. Das, was ich behaupte hier oder als These aufgestellt habe, hätte sich wirklich so entwickeln können, wenn wir andere Normen gehabt hätten. Also dieser Sprung, dieser 40-Jahre-Sprung, der zwischen Dolly und dem Transplantieren liegt, der ist ja dort einfach verschluckt. Und nach der Annahme der geringsten Grundannahmen, also nach dem Postulat von Ockham, würde ich sagen, das sind keine Klone. Und warum können die keine Kinder bekommen? Genau, ja. Das stimmt nicht, René. Die wurden sterilisiert. Alle, ja? Als sie klein waren oder als die Babys waren. Als sie klein waren oder während dieser ganzen medizinischen Pillen und so, die die permanent schlucken müssen. Ach so, okay, gut, das stimmt. Also ich finde trotzdem, innerhalb des Films, wenn du halt eben davon ausgehst, dass ein Science-Fiction-Film oder Roman natürlich die Vergangenheit ja auch umschreiben kann. Das ist ja Fiktion, nicht umsonst wäre es Fiktion. Wenn du, also wenn du davon ausgehst, dann finde ich, dass innerhalb des Films die These, dass es Klone sind, ja widerspruchsfreier und irgendwie einfacher zu begründen wäre, als die, dass es keine Klone sind. Weil, also wo kommen all diese Kinder her? Wo kommen die hin? Auf Kindlheimen. Aber so viele. Zum Beispiel. Und wie, und wieso? Ja gut. So viele sehen wir gar nicht. Wir sehen ja nur die eine Schule. Und wie viele es insgesamt sind, wissen wir nicht. Wir wissen auch nicht so richtig, ob es nicht ausgewählte Bezahlleute, Reiche sind, die in den Genuss kommen, dieser Organe. Das wissen wir auch nicht so richtig. Ja, das ist halt auch insofern berechtigt tatsächlich, weil darüber habe ich mir auch Gedanken gemacht, wenn, oder wie kann es dazu kommen, dass eine Person drei Organe beispielsweise spenden muss? Also wie wahrscheinlich ist es, dass ein und die gleiche Person eine Niere, noch eine Niere und ein Herz braucht oder so? Also deswegen habe ich mir gedacht, okay, eigentlich müssen die Organe auf andere ausgetauscht werden, verteilt werden. Ja, das glaube ich auch. Ansonsten macht es keinen Sinn. Was aber dagegen spricht, es gibt jetzt noch ein Argument, das mir eingefallen ist, das gegen deine These spricht. Am Anfang heißt es, dass die Lebenserwartung in den 70ern, oder ich weiß nicht wann, auf über 100 Jahre gestiegen ist. Und damit die Lebenserwartung insgesamt auf über 100 Jahre steigt, muss es ganz, ganz, ganz viele Menschen geben, die Organe. Das ist jetzt der Punkt, daran können wir es überprüfen. Können Transplantationen, die Lebenserwartung, wenn man wirklich so eine Gesellschaft hätte, mit Findelkindern, wenn wir immer Transplantate zur Verfügung haben, würden wir dann im Durchschnitt über 100 Jahre werden? Nein. Wahrscheinlich reicht das nicht. Es reicht nicht aus. Ich denke nicht, dass es eine, die Grundsitanz muss ja gesund sein. Okay, ich denke noch mal drüber nach. Ganz, was heißt ganz aufgeben? Aufgeben tue ich die These noch nicht? Nein, natürlich nicht. Da sprechen wir noch mal drüber? Ja. Natürlich nicht. Da spricht auf jeden Fall, ich spreche schon einiges dafür, aber, hm. Also für mich spricht es einfach nur dafür, dass ich es am Anfang geglaubt habe und dann dachte, stimmt, warum bin ich nicht selber darauf gekommen, dass das Klone sind? Ich fühle mich einfach nur gerade abgeholt, deswegen ist es super. Das mit den 100 Jahren stimmt. Wenn ich aber trotzdem streng dabei bleibe, die wenigsten Grundannahmen, ist es trotzdem noch mal, es gibt, ja, es gibt einen medizinischen Sprung, aber warum verweisen die auf 1952? Und wann waren die 100 Jahre alt? Ja, ich glaube 70er. Es ist einfach, René, aber du musst einfach davon ausgehen, dass es Fiktion ist. Das heißt, die erzählen das einfach noch mal neu und anders. Die können, die können, ja natürlich. Ich meine, guck mal, die nehmen 52 als Ankerpunkt, ab da, also ist alles so gewesen, wie wir es kennen, und, bis dahin. Und ab da ist aber die medizinisch-technische Entwicklung anders, sie verläuft viel schneller und viel erfolgreicher, als wir sie, als wir sie kennen, als sie faktisch und tatsächlich hier auch verlaufen ist. Und das sind viel mehr Grundannahmen, als zu sagen, ab da an nutzen die Findelkinder für ihre Transplantationen. Wenn heute jemand, jemand Findelkinder für Transplantationen, schrittweise, die hatten ja 20 Jahre Zeit, bis in die 70er, wenn einer schrittweise beweist, dass die Leute dadurch 100 Jahre und älter werden können, was denkst du, wie schnell wir das akzeptieren, dass es da Menschen gibt, den wir uns bedienen? Nee, das glaube ich nicht. Nee, glaube ich ja nicht. Nee? Nee, nein. Also das halte ich für wahrscheinlich, ja. Aber weißt du, was doch auch sein kann? Weil du, Maxi und ich, wir könnten auch Findelkinder sein. Allein schon deshalb würde man das nicht akzeptieren. Warten wir ab, warten wir ab, bis wir sprechen mal wie im letzten Film noch mal, wenn wir 80 sind. Ja. Ja. Und sagen, oh, ich bräuchte meine neue Leber. Damals der Film, ach, wäre das schön gewesen, wenn es da welche gäbe, die uns spenden. Also vielleicht sagt ihr ja auch, das ist zu kurz gegriffen, ja, aber vielleicht ist ja, also es ist ja eigentlich relativ egal, ob es Klone gibt oder nicht. Wenn nämlich Transplantation nicht funktioniert, haben wir ein Problem. Dann können wir Klone haben, aber die helfen uns nicht dabei. Insofern, es liegt vielleicht der Schwerpunkt gar nicht so darauf, woher diese Menschen tatsächlich auch kommen, sondern darauf, was sie für eine Funktion ausführen, nämlich Organe bereitzustellen. Und ich finde, das ist ja, bringt ja genug kritisches Potenzial mit sich. Ja, ja, das stimmt. Insofern ist es gar nicht so wichtig. Für Leute, die nicht an eine Seele glauben, wenn wir Christen wären, jetzt hier in der christlichen Podcast-Zwergelei, würden wir wahrscheinlich anders sprechen. Das stimmt. Ja, wirklich. Wir lassen den Punkt jetzt mal offen. Da sollen mal unsere Hörer mir recht geben. Ich habe es auch noch nie erlebt, dass ein Film bis in den Podcast seine Täuschung hinein kritisiert. Okay, dann macht's gut und dankeschön, dass ihr hier wart. Du auch. Ja, vielen Dank dir auch. Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. Ja, und tut mir leid, dass ich euch die Täuschung nicht aufklären konnte, dass ich euch nicht aufklären konnte in der Hinsicht. Vielleicht viele tausend Leute an den Kopfhörern. Vielleicht beim nächsten Mal. Ja. Mal sehen. Okay, tschüss. Okay, tschüss. Eroh. Das Sch ponsel. Ja. asai. Das Schauraischung. Ja. Ba ist ein legend. We jump пес classic. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 卯のは窓 Seite selbst.